Außenrum, bitte. Mann, die Zeit, die verfliegt ja hier wie im Flug. Eijo, Mann. Was haben wir da? Einfach zu angestellt mit Grafen. Wie beeindruckend! Verstanden. Okay, okay. Wie viele muss ich denn jetzt sammeln? Oder was genau muss ich denn jetzt sammeln? Was ist denn das? Folgen sich dem Thron-Signal und sammeln die Kisten. Im Gange. Raumhafen? Kann ich hier schon upgraden? Nee. Auf 5.000 Manager. Wow. Volle Kraft voraus. Sind unterwegs. So, was hat die junge Dame? Warum sind sie hier? Wie schreitet ihr Projekt voran? Wir können offiziell mit dem Bau des Dumps beginnen. Können sie sich um die Lieferung Materials kümmern. Aha. Was haben sie denn so sich gedacht für Material? Fahrzeug mit 50 Bio. 50 Stück. Ich glaube, das könnte ich eigentlich theoretisch machen, oder? 95 habe ich. Und wie ich das machen kann, ey. Die Welt wartet nicht darauf, dass du sie veränderst. Triff deine Wahl und bewirke etwas damit. Wett, 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 wett. Das war was anderes. Bestätigt. Oh, Halt, stopp. Du wirst in allen Foren erwähnt. Die Leute sind hier echt dankbar. Ich werde in allen Foren erwähnt. Cool. Koordinaten bestätigt. Coolo. Kann man auch gerade, wenn wir hier oben sind, das andere noch einsammeln. Wir haben schon 2.000 Einwohner, Mann. Wann nur 66 Beschützer. Im Gange. Bräuchten vielleicht noch ein paar Beschützer mehr. Also hier haben wir jetzt auf jeden Fall Geld. Wir machen auch Plus. Kontolimit 600.000. Volle Kraft voraus. Was? Es gibt Kontolimit? Schleppen. Abschleppen. Wunderbare Neuigkeiten. Morg. Morg. Wie sieht denn das eigentlich mit meinem Schiff aus? Wie Ladeplätze? Nein. Ich ziehe jetzt gleich in die Krieg, Junge. Mit dir. Noch mit dem anderen. Nein, das ist ja irgendwie hat es ja funktioniert. Haben Sie Arbeit für mich? Irgendwie hat der Kampf ja wohl funktioniert, ne? Ohne mich. Wie auch immer. Okay, jetzt bräuchte ich noch Vitamin Drinks. Das war leiter Tier, ne? Ja. Die muss ich dann auch umbauen. Das wusste ich jetzt natürlich nicht, dass ich jetzt muss ich hier, kann ich prinzipiell auch, da kann ich prinzipiell auch mich abreißen. Oder lahmlegen. Erstmal. Wie sieht es aus, wenn ich die Upgrade wie groß in die Lieden? Dann verlege ich das einfach mal da hin. Das da hin. Und dann, komm, du hast da hin. Und dann werde ich jetzt hier Street of Philadelphia platt machen. Und dann werde ich hier so zwei Felder dran machen. Okay. Drohnenstock, Arbeitskraftwartung. Das ist aber nur ein kleines. Was haben wir da? Ja, weniger Energie. Und weniger Lastkraftwagen. Weil das dann alles ein eigenes hat. Okay. Aber wir haben ja sowieso 57 Stück. Wenn ich das Ding jetzt hier eigentlich ausschalte. Kann ich gar nicht ausschalten. Okay. Kann ich dann wohl nicht ausschalten. So, jetzt müssten wir aber... 24 Früchte extra. Okay. Jetzt schalte ich... Eins mal aus. Zwei mal aus. Wenn ich das noch ausschalte. Gibt es... Acht. Okay, nochmal hier eins an. Eins an. Und dann verschiebe ich dieses... Auch nach da oben. Das Logistik-Center. Das haue ich mal hier unten in die Ecke. So, und dann gucken, wie groß die sind. Na. Mal zwei Stück. Minus 8 Obst. Aber dafür plus 12. Okay. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Und die... Das wichtig ist ja nur die Endprodukte, dass die... ähm... Plus machen. Oder maximal... gleich sind. Hat das Ding auch irgendwann ein Limit? Oder... Oder... In 1404 gab es ja... Aufbrauch. Dann konnte es ja aufgebracht werden. Vielleicht hätte ich ein Modul... Erstmal wegmachen sollen. Obwohl, ich kann da das Ding ausmachen. Oh nein, das bringt aber nichts. Egal. Soll das Ding mal schaffen. So, wo waren wir eigentlich? Wo ist mein Schiff? Verstanden. Was hab ich denn gemacht? Das ist mal ein geschältes Schiff. Wo sind das? Roger. Was ist das denn? Da hinten. Ich werde Hilfe von der Geschäftsführung brauchen. Finden sie Angestellten auf einer bliebigen Insel. Es ist toll, dass sie immer zu Hilfe eilen. Danke dafür. Jo, gerne. Alle Prozesse laufen wieder reibungslos. Das ist ihr Verdienst. Ja. Komm. Jo, ich bin halt nett. Und so... Auf einer bliebigen Insel... Ich bin jetzt die Schiffe an ihrem... Mann, das Schiff schlitten sie jetzt ab. Jetzt muss ich noch irgendwas suchen. Auf einer bliebigen Insel. Ja, es ja hier drei Inseln gibt. Das ist natürlich blöd. Dass die Minimap jetzt irgendwie verpackt ist oder nicht funktioniert. Wie auch immer. Das ist nicht das, was gesucht wird für die Mission. Da kann ich noch einen Hafen dran bauen. Wahrscheinlich auch nochmal für 50.000. Ach, mal jetzt. Jetzt haben wir über 50.000. Aber man muss es hier nicht übertreiben, ne Mädels? Okay, auf der Insel ist es jetzt... Habe ich es jetzt mal nicht gesehen. Wie sieht es hier aus? Was ist hier losgarten mit den Frames? Ey, nicht so über die Insel gehe. Bau-Bots. Okay, da sind andauernd Frame-Anbrüche. Warum auch immer. Keine Ahnung. Den, 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 den. Kann auch sein, dass es einfach nur von der Aufnahme ist. Weil bei mir habe ich eigentlich das... Also, das ist aber nur auf der Insel. Also, da, ja. Nicht so schlimm. Weil da mal hier unten war da auch noch irgendeine... Äh, Insel? Insel, wo geschwähen? Da haben wir. Oder war das die, die auf dem wir gerade eben schon waren? Ich glaube, das war die, die auf dem wir gerade eben schon gesucht haben. Ja, genau. Wo ist jetzt die Nächste? Ah, nee. Doch. Vielleicht. Nein. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Wenn das... Wir haben nicht die militärischen Mittel, um damit umzugehen. Bei Ihnen könnte es anders aussehen. Wow, jetzt auf einmal. Jetzt auf einmal. Da will er dann wieder, ne? Cassian Industries erwartet, dass dieser Auftrag mit größter Diskretion ausgeführt wird. Ja, wirklich prächtig. Ja, wirklich prächtig. Im Gange. Ähm. Äh. Wie... Kann ich denn mein Schiff beladen? Sind unterwegs. Äh. Ja, wie kann ich das denn beladen? Jo. Jo, Leute. Wie geht's? Können von anderen Firmen sammeln, sich einen Handelsbusen-Aufdruck anzubieten. Fabrik-Ab gerns. das ist ein bisschen blöd jetzt im Ernst, wie kann ich denn wie kann ich jetzt mit meinem Schiff handeln muss ich das hier machen? klar, muss ich das hier machen ich hoffe, ich mache offen muss ich das hier machen hier dieser schöne Aufzug ins Orbital Container annehmen Bestätigt okay interesting, interesting das ist natürlich auch so also das Spiel das hat schon anders da was ist denn hier gerade mit den Frames los? geht die voll runter, ey okay das ist dann wohl doch viel zu viel das ist dann wohl doch zu viel des Guten da haben wir alles noch alles im grüne Bereich yo, Reis ist an Mass hey da könnte ich eigentlich nur Reis fahren erstmal pausieren pausieren mal eine machen wir auch noch ein bisschen mehr Gewinn das wären wir unser erster Damm ist errichtet und funktioniert aber einer reicht nicht, oder? 1600 Strom okay ne, war nicht die Kiste schade das ist die Kiste nein 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 okay wir haben jetzt auf jeden Fall einen Haufen Strom das heißt äh ich kann die Windräder wie schaut's denn aus? abschalten sonst will kann ich doch eigentlich das Ding abschalten so man so dann hab ich da noch zwei wenn die null wenn ich die ausgeschaltet haben, dann haben die auch kein ne, haben die null, weil sonst könnte ich eigentlich auch wegmachen, weil ich hab jetzt so viele Moment Entsalzung Wasser kann man nochmal reinzüllen genau, fünf extra was ist das? Kobalt ne, das wird ja direkt zu Po ne, nicht zu Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen so Leute dann würde ich sagen werde ich jetzt die Aufnahme hier beenden wir werden die Firma sein, die das Sonnensystem erobert ich bin mir ganz sicher ähm ich hoffe, die Aufnahme hat euch auch gefallen ich fand's auf jeden Fall mal wieder toll das Spiel macht mir echt Spaß, muss ich mal so sagen und dann sag ich mal danke fürs Zuschauen ich hoffe, das mit der, ähm Minimap ist nicht ganz so gut der erste Damm ist einsatzbereit aber einer genügt uns nicht richtig ähm dann sag ich mal danke fürs Zuschauen ich hoffe, es hat euch gefallen und, ähm wenn es euch gefallen hat lasst doch ein Abo da abonniert den Kanal liked die Videos schaut in der Videobeschreibung auf den anderen Links zum Beispiel vorbei und dann sag ich mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in Anno 22.05 Tschüss Los Bis zum nächsten Mal.